Was läuft, was geht Leute? Gamble Joey ist zurück. Eine neue Folge, ein neuer Stream. Sag mal kurz Bescheid, ob alles läuft. Wir sind heute wieder im Pfeift Gringos Casino. Ihr habt ja gesehen, letztes Mal hatte ich ordentlich geholt. Ich habe es online auch hochgeladen bei YouTube. 30 Mille war Höchststand. Ich habe ein bisschen übertrieben in letzter Zeit. Also entspricht jetzt nicht immer der Realität. Mach es nicht zu Hause nach. Ich habe für knapp 10.000 Euro Bonus-Hands gemacht. Bei verschiedenen Spielen, weil das mit dem Bonus-Hands so gut ankam. Ich hatte halt jetzt eine fette Balance. Deswegen werde ich die mal abspielen. Wir fangen heute an mit Ramses Golden Knights. Ich habe die alle auf sehr hohen Einsatz gesammelt. Ja, weil ich ja einfach Glück hatte in der letzten Zeit. Habe ich gedacht, komm, ich nehme jetzt mal was in die Hand und probiere das, weil das mit dem Bonus-Hand so gut geklappt hatte im Pfeift Gringos Casino bevor. Und mach es für euch sehr, sehr attraktiv. Und spiel die mal. Genau. Hier gehen wir direkt rein auf guten Einsatz. Ich guck mal, dass ich das höre. Auf 30 Euro. Ach, was haben wir überhaupt? Ah, schade. Direktverlängerung. Wäre krass gewesen. Wir haben diesen Schrein. Schade. Der Kopf wäre viermal schon gewesen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ich hoffe, man versteht alles gut. Ah, bisschen leiser hier für mich. 1200 Euro. Nice. Ist halt auch auf 30 Euro, ne? Wie gesagt, wir sind mit 10.000 Euro gestartet. Ich habe ein paar Freispiele sammeln dürfen. Ja, nochmal drei. Nice. Ein Vierer wäre insane. Wir sind schon bei 2.500 Euro. Okay, 2.595 Euro direkt. Ist nice. Kann man sich geben, würde ich sagen. Wir sind wieder auf 23.293. Wie gesagt, 30 Mille gestartet. Genau. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Freispiele auf relativ bis sehr hohen Einsatz. Ich bin ein bisschen abgegangen in der letzten Zeit. Macht es zu Hause vielleicht nicht nach. Außer vielleicht die holt mal so raus oder so. Oder wollte ich mal richtig können. Ich hatte hier wieder richtig Glück bei Doghouse Megaways. Die Leute, die mich kennen, die wissen eigentlich mein Lieblingsspiel. Ich habe direkt vier Scatter bekommen auf 20 Euro Einsatz. Wir nehmen auf jeden Fall die Linken. Wir nehmen auf jeden Fall die Linken und hoffen, dass es diesmal richtig abgeht. Jawohl. Direkt eine Hütte. Ja, komm. Wir brauchen jetzt direkt volles Haus. Ja, 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 ja. Das wird 792 Euro direkt. Das wird es jetzt. Komm. Komm schon, weitermachen. Noch eine Hütte wäre insane. 348 Euro. Ja, der blaue Hund. Ah. So, was macht das? Oh. Boah. 1476 Euro. Nice. 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 Oh. 1296. Junge. Junge. Was. Alter. 3888. Was. Was. Ja, okay. Das ist einfach nur krank. 936 Euro. Junge. Alter. Was geht. Boah. Das geht ab. Vergringos. Komplettrasur im Moment. 8.640 Euro. 22.000 Euro. Was passiert dir? Ejo. Alter. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele. 22.696 Euro. Junge. Was. Wir sind auf 45.000 Euro. Alter. Heftig. Krank. Das ist nicht mehr normal. Alter. Boah. Junge. Sticky. Und ich habe ja noch richtig heftige Games. Alter. Junge. Heftig. Ich habe schon gut rausgeholt. Aber so gut. Ja. Dann kommt als nächstes Stick hinein. Mit zwar auf 50 Euro habe ich die gesammelt. Mal gucken, was hier passiert. Auch sehr, sehr hoch. Ja. Ja. Da hat es sich schon gelohnt. Ne. Komm. Jetzt machen wir noch ein paar Diamanten. Jawohl. Komm schon. Komm. 2.150 Euro. Nochmal 4.100. Jo, Simon. Was geht's? Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Ihr habt selber alle gesehen. Also... Was ich hier in der letzten Zeit abreiße. 3.000 Euro nochmal. Junge. Also das ist einfach nur noch krank. Boah. Da die 7 rein. Alter. 7.475 Euro nochmal. Ja, kann man auch. Nur fast einen Unfall mit dem Auto bauen. Fahr vorsichtig. Cool, dass du wieder dabei bist. Echt. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Wir sind hoch auf 53.000 Euro, Leute. Wie heftig ist das? Was ich hier da abgezogen habe in diesem Casino im Moment. krank. Also wirklich richtig, richtig, richtig krank. Wir haben als nächstes... Rise of Dead im Petto. Ich muss da kurz hier was checken. Okay. Rise of Dead im Petto. Alter. Gib mal, was ist das für eine Balance? Das ist wie chillig. Ey, das mit der Bonushand war so clever. Okay, direkt ein Fallspiel mehr. Nice. Jetzt mach mal richtig was auf. Auf 50 Euro hier auch, ne? Also, ich hab richtig gesammelt. 10.000 riskiert. Aber dafür auch... Unmenschlich viel geholt jetzt schon. Ich kann das gar nicht realisieren. Was hier abgeht in letzter Zeit. Echt nicht. Ja, also ich hab schon viel gezockt und so. Aber so ist schon... Ist schon ordentlich. 355 Euro bisher. Okay, was macht das? 3560 Euro. 3.900 Euro nochmal. Alter Junge. Ja, jetzt gibt nochmal Maximalauszahlung. Dann geht's einfach hier richtig rund. Alter. Ach Leute, was soll ich dazu sagen, ey? Live auf Twitch. So ein Ding hier. Ist einfach nur geil. Yo, falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergesst nie, Glücksspiel kann süchtig machen. Spielt nur mit dem Geld, was ihr gebarbt. Nochmal Tausender. Es läuft ja nicht alle Tage so. Mal im Moment. Eieiei.